Hallo zusammen und willkommen bei Tanja und Timo packen aus. Und diesmal haben wir keine Wutbox, sondern eine Pop in the Box. Nein, das ist was einmaliges, das habe ich vor längerer Zeit, letztes Jahr glaube ich oder so, habe ich das, ich glaube letztes Jahr, vorbestellt und ja, jetzt ist es endlich da. Ich weiß, was drin ist, aber ich nicht, sie weiß es nicht und ja, ich kann schon mal sagen, viele wissen ja, wenn ich Pop in the Box sag, was da drin ist, es sind ein paar Figurchen. Oder eine Figur. Wir machen es auf und einmal, zweimal, aber wir haben hier, da ist eben schon was aufgefallen, und zwar haben wir hier stehen, was, myprotein und, Entschuldigung, was, looks, looks fantastic. Ich glaube, du hast die falsche Box gestellt. Also ich hoffe, dass da das Richtige drin ist, weil das klingt nicht so nach Figuren. Aber, wir machen mal auf, ich, ja, wir sehen, Verpackungsmaterial. So, wir machen das jetzt mal auf. So, einmal, zweites Mal, ja, ich habe schon was gesehen. Doch, Figuren? Ja, ja. Aber? Das ist eine große Figur, das war's. Das ist eine Figur. Du hast gesagt, viele Figuren. Da nur eine. Hast du noch ein Paket? Also ich weiß nur. Okay, dann ist es nur eine Figur, ja, und wir packen es aus. Das ist größer als gedacht. Ich habe gedacht, die passen da alle rein. So. So. Hau raus. Hau raus. Hau. 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 Eine riesen Figur von Kong. Eine Funko Pop Kong Figur. Wow. Die ist riesig. Die ist riesig. Ähm. Also erstmal, ich hätte nicht gedacht, dass sie so groß ist, weil ich kenne ja nur diese klein, ich wusste, dass die größer sind. Ja. Das passt da nicht schön. Äh. Da kommen aber noch ein paar. Von denen? Von der Größe? Oh. Oh. Also deshalb, ich war, wir packen das mal aus. Dann müssen wir ein neues Video machen, wie wir anbauen. Nein. Da sind ja schon Experte darin. An die Becken. Na. Ja. Hier haben wir ein schönes Dillchen. Und jetzt holen wir den mal hier raus. Und hier haben wir den riesen Kong von Godzilla gegen Kong. Godzilla vs. Kong. Der sieht gut aus. Guck mal, da gibt es ganz viele, die wir den Godzilla da haben. Der ist schon bestellt. Der ist schon bestellt. Der ist schon bestellt. Der ist schon bestellt. Der kommt zwei Stockwerke höher. Ja, und da gibt es noch... Der ist auch richtig schwer. Ja, hier hinten. Da kann man jetzt mal ein bisschen spoilern, gell. Ähm. Es kommt auf jeden Fall hier. Der Godzilla, der kommt noch. Das ist auch so ein riesen Vieh. Und ähm. Der kommt. Der kommt auch noch. Richtig süß. Aber ich war jetzt wirklich der Meinung, dass da alles drin ist. Würde ich noch mal gucken, was du da bestellt hast. Oder ist vielleicht schon nicht veröffentlicht oder so, aber... Dann wird dein Regal jetzt ganz ziemlich voll. Ich werde auch umstellen. Ich werde auch ein bisschen umstellen. Aber kann sein, dass der hier kleiner ist. Ja, ja, die sind kleiner. Nur die oben sind groß. Nur oben die sind groß, die anderen sind klein. Genau. Die kleinen passen auch in meinen Schrank. Guck mal, wie die mit dem Affen kuschelt. Sehr schön. Mit dem Film gucken. Ist schon vorbestellt. Habe ich schon vorbestellt, das Steelbook aus Spanien. Oh. Weil in Deutschland wissen wir nicht, wann er rauskommt. Ja. Und Kinostart wurde verschoben wieder. Aber sie wollen denn hier wahrscheinlich wirklich ins Kino bringen. Und ich habe mir gedacht, ich bestelle Steelbook aus Spanien. Habe ich gemacht. Kommt. Der so groß wie dein Kopf. Sehr schön. Ja, ich habe eigentlich gedacht, das wird jetzt hier ein ganz anderes Video. Dann ein kurzes, kleines Video. Ja. Ich habe gedacht, das sind alle drin. Dann gibt es mehrere Videos dann. Wenn die anderen kommen, gibt es dann neue Videos. Ich habe ja nicht gedacht, dass der so groß ist. Wie viele hast du bestellt? 2, 3 Stück. 3, 4. Großen und Kleiner noch. Mhm. Ja, aber trotzdem, schönes Ding. Geil. schön den kopf bewegt oh ja ein bisschen kann man den kopf kann man sogar bewegen ein bisschen sehr schön sehr geil ja dann würde ich sagen war es das auch schon wieder geld nicht das was ich erwartet habe aber ja dann würde ich sagen danke dass ihr dabei wart und ja bis zum nächsten mal bei wir beide packe aus tschüss macht's gut euer team an waren hallo zusammen und willkommen bei wir machen erst mal ein foto haben wir hier irgendwas scharf wollte es sehen wollte das wirklich sehen die medien das ist der absolute wahnsinn zum glück habe ich keine allergie am östen ist in der stauschwoche eingewiesen da gibt's ja nicht es kommt mich an hallo zusammen hammer geil moin moin schön dass ihr wieder dabei sein techtel nächtel knicknack jetzt nicht wirklich schenkt das zeug und heute haben wir so nicht mehr alle ja ja ich wünsche viel spaß beim video dann zieht ihr den stock aus dem arsch mein gott